Ist es nicht herrlich, wie sich SPD und Grüne zieren, zur übermächtigen Angela Merkel ins Koalitionsbett zu schlüpfen? Das hat der Wähler geschickt gemacht mit seiner Wahl. Er hat die Konsenssoße der Geschlossenheit, in der die Parteien vor sich hin schmorten, derart einreduziert, dass endlich die Unterschiede, die auch innerhalb der Parteien existieren, wieder sichtbar werden. Denn natürlich gibt es CDU-Abgeordnete, die Steuererhöhungen für Reiche durchaus angemessen finden und es gibt SPD-Abgeordnete, die strikt gegen den von ihrer Partei geforderten Mindestlohn sind. Der Seeheimer Kreis der SPD steht dermaßen weit rechts, dass manche Sozialpolitiker der CDU daneben wie Kommunisten wirken. Zumindest bei den Grünen sind die Lager immer offen benannt worden, Fundis und Realos, wobei schon die Wortwahl bezeichnet ist. Fundis soll suggerieren, dass es sich um Al-Qaida-ähnliche Quartalsirre handelt. Reallos, das klingt nach Realitätssinn und Vernunft. Man könnte natürlich auch sagen, Fundamentalisten haben ein ethisches Fundament, das ihnen Erdung, Halt und Richtung gibt, während Reallos, losgelöst von jedweder Überzeugung, nur die Macht und die eigene Karriere im Blick haben. Deshalb konnte ein Oberrealo wie Joschka Fischer erst im Straßenkampf Steine auf Polizisten werfen, dann eine Partei anführen, die forderte, raus aus der NATO, Frieden schaffen ohne Waffen, um dann als Außenminister im feinen Zwirn Soldaten in alle Welt zu schicken, nach dem Motto, raus aus der NATO, heißt für mich, übe die NATO hinaus, und heute zur Belohnung dickes Geld aus Beraterverträgen zum Beispiel bei BMW kassieren, wo er sicher für ein Tempolimit kämpft. Reallos wie Oetschdemir, Bütikofer und Fritz Kuhn wissen genau, wo ihr Platz ist, gleich neben ihrem Idol Angela Merkel, die der Reallosigkeit völlig neue Dimensionen verliehen hat. Aber Schwarz-Grün würde die Grünen wohl zerreißen. Die Linken in der SPD hingegen, das sind keine Fundamentalisten. Sie sind seit Jahren nur noch Zähneknirscher. Vom radikalen Erlass eines Willy Brandt über den NATO-Doppelbeschluss eines Helmut Schmidt bis zu den Hartz-IV-Gesetzen samt Steuergeschenken für Reiche und Konzerne eines Gerhard Schröder haben sie das Zähneknirschen perfektioniert. Da ballen manche schon so lange die Faust in der Tasche, dass sie längst nicht mehr wissen, wie man boxt. Und Mutti boxt man sowieso nicht. Denn ein Kind, das seine Mutti schlägt, kriegt das Hähnchen abgesägt.